so leute herzlich willkommen zu einer weiteren folge overwatch und wir spielen hier auf dem ptr server den neuen helden baptis so heißt er glaube ich und ja schon ach du scheiße und schauen uns den kollegen mal an er hat so ein salben sturmgewehr bin ich kein fan von aber das macht ach du schande das macht ordentlichen damage ok krass rechtsklick dürfte heilbomben das sollte tatsächlich helfen mit e was hat das muss ich kurz nachschauen wenn ich duke kann ich so einen sprung aufladen und kann mega hoch springen das ist das ist echt krass der junge das ist mein ding so ich habe mir jetzt ein spiel mit bots erstellt weil anderes andere wird nicht voll aber die bots sind krass vor allem sehr aktiv aber sehr gut positioniert so gut dann fangen wir mal an und schauen mal was wir so mit dem kollegen ok gut schöner start auf jeden fall da haben wir ihn ok der ist weg wie alle wieder so media ist das geil mit dem bot diese untätig rumstehen und dann nichts geschissen bekommen also die afi macht schon guten damage da kann man echt nichts gegen sagen ja alles klar das macht echt krass also wenn da noch irgendwie headshot ist oder sowas dann kann dir gar niemand mehr was holy shit das ist echt mal wo ist der solcher komm mal hier ist solcher auch mann ich wollte ihn killen alter und deshalb krass weil du kannst nicht sterben während du das machst da kannst du ja der lol alter wie nice das einzige was ein bisschen schade ist dass man sich nicht sehr mit diesem mit diesem sekundärfeuer heilen kann so praktisch ist nicht mehr aktiviert so der lucio ist richtig er steht einfach die ganze nur da und macht gar nichts nichts so kommentiert so kommentiert so kommentiert so kommentiert alter ist das krank mit dem typen so die ist auch weg der solcher ja juckt nicht ich konnte aber den ult aua hey wie habe ich damage bekommen ich dachte man ist unsterblich während wenn man das macht ja war ich auch okay aber ich bin rausgelaufen ah deswegen war das echt krass zum ulst kondern 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 er ist gar nicht so einfach zu treffen mit dem typen insofern weiß nicht also er ist extrem stark seine waffen so das ganze zeug aber er ist auch nicht ganz einfach zu spielen er hat auch drei sterne glaube ich insofern aber wenn man ein bisschen auf distanz mit ihm geht dann passt das eigentlich schon so komm ich halte mal leben ich halte ich richtig am leben diggi kondern so jetzt jawoll alter holy crap komm komm ja den haben wir auch und der noch der ist auch weg sehr schön mensch das war der typ macht schon mies spaß muss man sagen ja highlight ja auch schade wenn ich von bots irgendwie so repliziert wären könnte das war absolut legendär wenn ich nach und dann anschauen sieht das mega scheiße aus aber in game war es mir der der hustle also so meine team bots sind jetzt auf leicht gestellt also das richtige bobs und die gegner sind nach wie vor mittel ja okay dann halt nicht war komm komm direkt steuerung ja ich regge euch voll jungs das ist im moment im moment auch im moment will Fuck, ich kann den hier gar nicht weg Oh Okay, sie lassen mich in Ruhe Das heißt, komm ich von hinten Was war das denn, hä? Wo steht meine Ult jetzt? So, komm Komm, ich muss den Rotar am Leben halten Das ist ganz wichtig So, ja Rotar muss am Leben bleiben So, ja Jetzt Nein, oh Gott Nein, der Rotar ist gestorben Jetzt können wir auch nichts mehr machen Oh, okay So, ja Meine Lettings verstärkt Jawohl Bringt aber nichts, weil ich nichts treffe Das ist mir schon fast ein bisschen leid Okay Ich halt immer Ich mach immer so Zwischen Heilen und Dings hin und her Nein, nein, nein Nicht einfrieren Oh, Junge Ach du Scheiße Okay, aber folgt mich Nein, nein, nein Ach man, diese Mähmer Komm, die kriegen wir Die kriegen wir Nein, 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 nein Ja, so viel Geld macht er jetzt gar nicht mehr Gegen die Bots sieht es so übelst krass aus Was er austeilt Aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so viel So, komm Nein Ach du Schande Ja Gut, keine Chance Die Bots waren etwas zu stark Oh Ist hier gerade meine Speicherkarte scheinbar voll Ups Ups Hubsa Und trotzdem ist Highlight Oder können Bots einfach keine Highlights bekommen Ich glaube schon Weil so gerade habe ich jetzt echt nicht gespielt Wie der Ball zu Jo Ja, ja Da hat er schon recht Wow, ich habe einen Kill gemacht Yay Dann würde ich sagen Bewerb den Part Haut rein Und wir sehen uns bei dem nächsten Mal wieder Bis dann Haut rein Bis dann